Yo Leute, zurück bei Red Faction, genau, Red Faction ist es. Ich dachte mir, nach einer Woche, oder nicht nach einer Woche, nach fünf Tagen, sechs Tagen, kann es auch mal anfangen, wieder ein bisschen Red Faction aufzunehmen. Und das kennen wir schon, das haben wir auf jeden Fall schon im letzten Part gesehen. Was ist die Situation? Die Bugs haben die Perimeter-Schilde ausgeschlossen. Ich denke, ich kann sie wieder online bekommen. Aber die MarauderInnen werden ihre Hände voll in der Zwischenzeit. Ich werde es beinahe. Darius, beinahe. Wie ich schon eben gesagt habe, bestimmt fünf Tage oder so nicht mehr gespielt. Also, erstmal wieder eingewöhnen hier. Hier sind ja schon mal genau die richtigen Bereiche. Erstmal schön Geld holen und Waffen. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal... Entschuldigung. Ich werde mal die Raketen eintauschen gegen das Nano-Gewehr. Ne, ich will das Rail-Dingens da, dieses Sniper. Das bockt richtig. Minenwerfer behalten wir mal. Und wir nehmen mal noch das Maschinengewehr mit. Würde ich sagen, oder? Ja, oder wir nehmen... Ähm... Statt des Maschinengewehrs... Das Nano-Gewehr wäre ja auch noch eine Option. Komm, wir nehmen mal das Nano-Gewehr mit. Und dann gucken wir mal, was können wir denn verbessern. Was haben wir hier? Nachdem du einen Feind getötet hast, wird der Schaden, den du verursacht hast, vorübergehend erhöht. Die Sachen haben wir schon. Ah, wir können sogar noch ins Feld hochgehen. Okay. Ich gucke mal gerade, was haben wir hier noch? Ich gehe mal ganz zum Anfang. Verringert die negative Auswirkung von wiederholten Abfeuern der Waffe auf die Genauigkeit. Okay, also der Rückstoß wird verringert. Verringert die Genauigkeit des Feindes, wenn du ausweichst. Verringert außerdem den Schaden, den du dabei abbekommst. Hm. Ne, brauche ich jetzt nicht. Was haben wir hier noch? Erhöht den Schaden und die Effektivte einer Nahkampfangehaufe. Muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Sprengwaffen vielleicht schon eher. Das ist natürlich auch gut. Mehr Schaden ist natürlich immer klasse. Dann haben wir es auch schon tatsächlich. Ich werde mal das Sniper nehmen. Entschuldigung. Ich hoffe, ihr habt das nicht zu laut gehört. Ohne Witz, ich schwöre es euch. Diese Textur hier habe ich auch. Ich kann also im Grunde dieses Spiel hier auch texturieren. Nein, natürlich nicht. Das ist Quatsch. Kann ich das hier reparieren? Ja, wie soll ich denn jetzt... Ah, hier geht es weiter. Ich wollte schon sagen. Wie soll ich denn jetzt hier weiterkommen? Oh, oh. Oh, oh. Shit. Singularitätsgranate. Eine neue Waffe. Ah, Moment. Nehmen wir doch das Nanogewehr weg. Was ist das denn? Das hat jetzt aber irgendwie... Alter, das sieht aber schon cool aus. Weg mit dir. Ach, das ist so schwarzes Loch mäßig. Ich hätte mir vielleicht einfach nur die Beschreibung durchgucken sollen. Was habe ich denn jetzt ausgewählt? Sniper. Shit, ich muss in Deckung gehen. Ach ja, das Sniper ist echt klasse. Moment, ich muss mal was ausprobieren. Wir hatten doch auch... Ah, okay. Wir hatten genau. Wir hatten dieses Kraftfeld. Aber wir hatten doch noch eine Fähigkeit, oder nicht? Ich gehe natürlich erstmal hier rüber. Ich könnte schwören, wir hatten noch so eine Fähigkeit. Wir lassen das mal aufladen und testen. Also dieses Singularitätsgewehr, oder wie das da heißt, das ist ja wohl... Mörder-mäßig. Hä? Das geht nicht. Ah, hier hatten wir diese Schockwelle. Was ist das? Ah, jetzt ist es kaputt. Ah, Moment. Haha. Kann ich das hier in die Luft sprengen? Also das kann man bestimmt in die Luft sprengen, aber muss man das vielleicht auch? Oh, das ist ja kacke. Da hätten wir dieses Singularitätsteil reinballern können. Habe ich gar nicht dran gedacht. Ah, was soll's. Gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Oh, hier sind... Aber jede Menge Zäugen. Wie viele sind da? 14. Also, du sagst, das wird ein bisschen dauern. Ich wollte jetzt gerade eigentlich... So, den hier machen. Und was ich auch haben wollte, ist... Diese Waffe. Bam und Tschüss. Das ist schon geil, wenn die Gegner dann so zerplatzen und dann in der Luft stehen. Oh. Ich werde zwar nicht hier jetzt lang gehen, aber trotzdem... Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob wir das hier brauchen. Ah, guckt euch das an. Hier ist noch ein Schatz. Mehr oder weniger ein Schatz. Wir sind jetzt in 20.000 Stunden, seit unserem letzten Kontakt mit den Kolonisten. Ich denke, es ist Zeit, uns zu sagen, das Schlimmste. Der Chancellor hat mit den Top-General begonnen mit Kontingenz zu planen. Was auch immer der Red-Faktion-Plan ist, wir wissen, dass es in hohen Verletzungen geliefert wird. Wir sind bereit für das. Wenn sie eine Krieg wollen, Das sieht ja schon nicht schlecht aus, ne? Ah, okay. Das explodiert tatsächlich. Also dieses Singularitätsgewehr, oder wie das da heißt, ist schon geil. Bart, sammeln mal die ganzen Aliens direkt am Spawn ein. Ach, hier ist wieder so ein Haus, das wir in die Luft jahren können. Bam! Alter, das bricht einfach runter. Wie heftig ist das bitte? Ah, ein Schuss hat... Ein Schuss reicht! Bei denen auch. Das hart. Hier, komm. Fall ins Feuer. Ha! Tschüss. Verbrannt. Das ist auch geil. Ich repariere hier nochmal. Wer weiß, am Ende wäre ich jetzt hier vielleicht runtergefallen. Ich frage mich gerade eins. Okay, das war doof. Ha! Okay. Das ist schön. Also, ist Quatsch. Muss nicht sein, aber es geht. Hier hatten wir noch mehr Extras. Was hatten wir denn hier noch? Erhöht den Schaden, den du durch Waffen verursachst... Äh, ne. Erhöht den Schaden, der durch Waffen verursacht wird, die nicht mit explosiven Geschossen arbeiten. Okay. Jetzt überlege ich natürlich gerade, ob wir das nicht verbessern sollen, weil dann könnten wir theoretisch mit dem Nanogewehr und so mehr Schaden machen. Na, komm, was soll's? Nehmen wir einfach mit, was soll's denn? Was haben wir dabei? Wir haben... Ach, der Sniper meinte ich nicht, das Nanogewehr. Okay. Ui, hier hättest du aber jetzt auch in die Hose gehen können, ne? Munition nehme ich mal jetzt nicht mit. Weil Tote hier liegt wieder was rum. Ah, Plasma-Geschoss-Zeugs. What? Wer ist er denn? Boah, habt ihr gesehen? Wir machen dem Unsichtbaren direkt die Hälfte vom Leben weg. Wer ist er denn, Boss-Fight? Oh, sein Zeug hier ätzt ganz schön. Alter. Da wird's wohl Zeit für härtere Geschütze hier. So. What? Der kriegt da gar keinen Schaden durch. Kann doch nicht sein. Ah doch, der kriegt Schaden, aber nicht viel. Ich glaub, der macht immer... Ja, genau, jetzt macht der wieder so einen Ram-Angriff. Ach, wir haben sogar hier Munition für dieses Gewehr. Das heißt im Grunde... Wir können da ruhig nochmal mit ballern. Ah, hier ist ein Unsichtbarer. Tschüss, Unsichtbarer. Geil auch, dass wir nicht davon drangezogen werden. Aber... Ach, der Boss ist down. Guckt euch das an. An die Front. Okay. Ich renne einfach mal hin. Was sollen los? Was sollen los sein? Wollte ich schon sagen, hier. Äh, hier ab nach oben. Ich hab grad Frame-Drops. Was ist denn los? Wie kommt es mit diesen Schäden? Ich arbeite noch an. Und du? Es gibt zu viele von diesen Dingen. Wir müssen sie runterziehen. Sam, komm an den Maraider-Netzwerk. Find out, wo die schäden Bugs inbrechen sind. Sie benutzen eine nahe Brücke, um die Magnetfläche zu crossen. Oh Gott, wie viele, Mann. Wenn du die Brücke auskommst, könntest du uns Zeit kaufen. Ich bin auf. Bam. Okay, okay, okay. Die sind schon mal erledigt. Ich hole mir natürlich jetzt erstmal hier kurz die Muni. Und die Punkte. Da kommen noch mehr Gegner. Das ist jetzt grad... Zimmer Dreck. Wo muss ich da jetzt hin? Okay, zur Brücke. Also genau zu den Monstern. Ist auch geil. Falls da noch welche sind. Kurz Muni eingesackt. Haben wir alles voll. Okay. Eigentlich, wenn man so recht überlegt, könnten wir auch, wenn uns so voll viele entgegenkommen, stehen bleiben und in die Luft sprengen. Oder Druckwelle nutzen. Aber... Okay, okay, tschüss. Scheiße, jetzt habe ich die Druckwelle genommen. Sind die noch nicht down? Doch. Okay, die sind auch alle erledigt. So. Was muss ich denn jetzt hier machen? Ich muss mich anscheinend... Scheiße. Ach, kann es sein, dass ich die Brücke zerst... Ich muss die Brücke zerstören? Scheiße, warum komme ich da nicht drauf? Na komm. Hä? Da ist noch einer gewesen. Okay, die Brücke ist ja wohl ganz klar im Eimer. Die Aliens können die ja wohl auch nicht wiederherstellen. Das wäre ein bisschen... Abgefahren. Wo müssen wir hin? Wir haben kein Ziel. Okay. Jetzt kommen hier wieder voll viele Gegner. Das waren voll viele Gegner. Zur Höhle zurück. Oder eher zur Höhle, aber... Wir waren ja schon da, wenn ich das... Ja. Hier ist einer. Wow. Shit. Fett. Und tschüss, das Vieh müsste im Eimer sein. Ja, ist es. Komm her. Kriegst du einen Schlag auf den Kopf. So, hier haben wir nochmal Punkte. Hier könnten wir jetzt... Alter. Alter. Wie viel? Oh Gott. Kann ich hier jetzt nur reinschießen? Wahrscheinlich, ne? Ach, das soll ich hier auch kaputt machen. Von daher... Ist das zu verkraften? Ah, jetzt ist es im Eimer. Ui, habt ihr gesehen? Wir haben hier... Direkt durch den Stein was kaputt gemacht. Bitte. Zu den Generatoren. Natürlich. Wie kann es auch anders sein? Nochmal Muni mitgenommen. Ach, scheiße. Nicht so. Den hier wollte ich machen. Hier ist noch mehr Muni. Er will jetzt gerade einfach nicht rennen. Er hat einfach keine Ausdauer. Voll die Heususe, der Typ. Kann er da nicht abziehen? Da ist noch ein Audio-Log. Das nehmen wir auch mit. Kann ja nicht schaden. Das Gebiet verteidigen. Das machen wir dann aber erst im nächsten Part, weil jetzt ist ja 15 Minuten schon voll. Ich würde mal sagen, dann melde ich mich gleich zurück. Bis dahin und haut rein. Klick jetzt auf den Fernseher, um mein letztes Video zu sehen.